So, Eleanor. Ach, guck mal, wir sind hier gelandet. Was wir uns... Ja, falsche Taste. Im anderen Spiel ist es die Renntaste. Hier nicht. Ich soll darum gehen. Das kann ich nicht mitnehmen. Einmal schnell duschen. Ich soll in die andere Richtung gehen. Ich weiß. Daddy's Homes. Ich traue dem Braten nicht. Aber egal. Wir binden heute dieses Spiel. Oh. Oh. Thank you. Habe ich mit dir jetzt öfter zu tun? Also, mit deiner Sorte. Wieso sind wir wieder hier? Oh. Nee. Spagal. Noch einer ohne Fahrschein? Wir speichern einmal vorsichtshalber. So. Pässe Film. Wir wenden heute dieses Spiel. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Nein! Nein! Oh! Ich habe die falsche Tasse gedrückt. Oh! Eleanor! Er schreckt mich doch die Sau. Oh! Ich wollte gerade auf dich schießen, du blöde Kuh! Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Oh Gott! Sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Ja, wissen wir. Ja. Hier geht's Meilen nach unten. Ja. Wir müssen Sinclair finden. Okay. Sinclair, du Sau, wo bist du? Hier! Wo sind denn jetzt die Vaters? Ich schicke's. Fix und fertig, Vater. Wer ist jetzt dran? Oh! Eleanor! Ich will immer auf dich schießen, blöde Kuh! Nein. Nein. Ich schnapp mir nochmal eben... Vorsichtshalber. Ja? Kann ich eigentlich... Ich drücke mal die falsche Taste. Hier noch was abstrauben. Nein. Nee. Ey, die ist ganz klein geworden auf einmal. Kommst du, Eleanor? Ja. Ja. Reisen wir. Ich weiß zwar nicht wohin, aber die Reise wird schon gehen. Die Musik wird immer drücken darf. Huuuuh. Was? Das kommt geil. Boah, Eleanor. Nach oben, Vater! Schnell! Ja. Vita Chamber. Nutz sie gleich, bitte. Thank you. Egal, worum ich gehe. Okay. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Ja. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Bestimmt nicht. Wer weiß, wo Sinclair gerade ist. Was ist mit Sinclair? Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist er? Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf weiteres geschlossen. Und nun? Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben-Delta. Ja, ja. Das haben wir schon erfahren. Wir haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Wann das? Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Niemals! Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Mhm. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns behalten. Gefängnis. Toll. Und wem begegnen wir da so? Prison? Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Anne! Ich muss mich umgehen. Entschuldigung! Ich habe nicht damit gerechnet! Das war eh mein Kopfschutz! Ich hab auch die falsche Tasse gedrückt. Das wollte ich nicht drücken! Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder. Scheiße, die wandern! Ich war nicht darauf vorbereitet. Egal, wir hatten gerade eine hübsche Vita-Chamber. Ja, was ist hier los? Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Was ist hier los? Wo bist du? Das wollte ich! Ich wollte ausweichen! Voll in den Kopf! Ey! Nein! Ja, brenn mal schön! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du? Mann! Nein! Jetzt geht das schon wieder los. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Elektro! Ich will so wenig Eleanor rufen, wie ihm nur geht eigentlich. Wo war der andere Sack, den ich umgebracht habe? Ja! 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 Warte! Wo war er denn? 1, 2, 3! Da! Moment! Ah! Und... So! Warte, warte, warte. Wir müssen uns nichts kaufen. Wir hatten noch hier gerade welche. Ach, wir müssen uns auch noch um das Teil kümmern. Verdammt. Wo es auch immer ist. Wir haben doch, haben wir Heckpfeile noch? Ja, wir haben einen Heckpfeile noch. Ah, Scheiße! Scheiße! Wie? Wie? Wir hatten nicht gespeichert nach dem Dings. Scheiße! Gut! Arschgesicht! Was passiert, wenn wir das benutzen? Schauen wir mal eben das Medi-Kit. Entriegelung! Achtung! Ballastbehältnis ist gefüllt. Reservoir muss vor dem Ablegen entleert werden. Was? Wo ist eigentlich Tennenbaum? Die ist doch auch noch hier. Die können doch nicht einfach alle hier umbringen. oder? Wenn sie, äh, uns versucht umzubringen, bringt sie alle um. Habe ich einen Heckpfeil? Ja. Wir speichern vorher. Falls es schief gehen sollte, äh, wir zurück können. Scheiße! Beim letzten! Weißt du was? Laden! Das mach ich nicht nochmal. Wäre so gut gewesen. Das ist so geil, irgendwie. Komm! Ha! Ja, ja. Wir wissen's. Und... Noch eine ohne Fahrschein? Nein. Schon wieder so ein schöner Gump. Oh! Geil! Warum? Lamp knows the way! Lamp kennt den Weg. Was glitzert denn da wieder? Der Knopf. Hörst du auf? Ja. Komme ich jetzt dahin, wo ich eben war? Also, was ich eben geöffnet habe? Ja. Sieht der mich? L. war das, ja. Noch nicht. Wer bist du? Hörstchen hier im Gefängnis. Niddlewire. Solange ich sie mit Testpersonen für ihre Therapie-Experimente versorge. Kein Problem. Ein paar Rehabilitationsmaßnahmen tun den Trinkern hier nur gut. Starte Aufnahmesequenz. Näh! Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Oh! Ein letztes Modell der Alpha-Serie. Bereit für die Familie zu sterben. Oh nein! Als früherer Eigentümer von Persephone... Haben sie eben so... ...ein... 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 Muss ich wohl. Speichere ich aber vorher. Das Deutsch war hervorragend. Wissen wir, haben wir mitbekommen. Probier's wenigstens. Nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben auszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Ich... ...miss... ...tut mir leid. Oh! Ah, scheiße, da sind mehr! Ah! Ah! Na, du steh mir auf, du Schiff-Ratz. Mach's gut, aber ist das nicht mit mir auch? Freund, Freund, ja, Freund. Scheiß die Wand an. So, zwei Stück hab ich. Wer ist der Rom-Gun? Was? Haben wir hier irgendwo... Wenn ich um die Ecke gucken müsste, da ist... Ja, M gedrückt. Ich hab einen meiner Freunde getroffen! I'm so sorry! Nein! Auf sie mit Gebrüll. So. Ah, das sind zwei gewesen. Zwei dumme Kühe gewesen, okay. Speichern. Noch einer? Nein. Hm, Steak, will jemand? Ist der denn nichts zu haben? Ja. 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 Entschuldigung. Ich sag nichts anderes als ja. Wer auch immer da kommt, bitte geht vor, meine Freunde, ja? Macht ihr das? Bis ich mich wieder beruhigt habe. So. I'm back. Was ist mit Sleeping? Irgendwas ist mit Sleeping stand da. Ne, Peoples. Nicht Sleeping. Peoples. Thank you. The Peoples child is coming. Das habe ich mir gerade gegönnt. Wo seid ihr denn meine Freunde? Mein Freund, meine ich. Das war ein Mann. Zackiger Anzug. Guter Schnäuzer. Was ist da los? Ich zieh dir seinen dämlichen Anzug aus. Guter Schnäuzer. Saat mich. Ja. Oh wow... Bière. Saitiers Was gibt's denn heute zu essen? Du hast mein Watt kaputt gemacht, du sagst. Was? Ähm, da brennt was. Gucken wir mal eben das Medikit oben, ja? Hehehe, Bomben? Könnt ihr? Nein! Oh, da lag noch einer mit seiner Katze zusammen. Ich wollte es mir holen.